Er ist ein kleiner Burha, wie man sich das vorstellen kann, nur mit Lego zur Zeit gespielt und da auch immer Burgen und alles gebaut und dadurch ist auch das mit dem Dachdecker schon ein bisschen in den Kopf reingedrückt. Das wäre etwas für die Zukunft. Du arbeitest gerne in einem starken Team und suchst einen Job mit Zukunft und besten Perspektiven? Die Lehre zum Dachdecker und Spengler ist eine Top-Ausbildung on the job. Du bist von Anfang an Teamplayer und arbeitest viel an der frischen Luft. Dazu gibt es vom Start weg richtig was zu lernen. Dabei lernst du immer von den Besten, von erfahrenen Kollegen. Dieses theoretische Rüstzeug kannst du dann auch gleich in die Praxis umsetzen. Das heißt, der Mensch in dem Beruf Spengler, Dachdecker, Kloser ist eigentlich der Hauptakteur. Und das wird nicht zum Setzen sein. Darum schaut die Zukunft rosig aus und ich mache mir auch keine Sorgen, dass die Arbeit viel weniger wird, weil wenn dein Dach kaputt ist und es geht noch ein, dann brauchst du einen Spengler und einen Dachdecker oder einen Kloserer. Mehr Informationen über die Lehrberufe findest du online unter entdecke-deine-leidenschaft.at Dachdecker Dachdecker